hallo das sieht so dämlich aus herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom gott simulator 3 ja vom gott simulator 3 wir suchen noch chancen hier hinten sind scheinbar keine chance gut sind noch zwei glaube ich haben wir gelesen und wir müssen jetzt mal an dieser straße vorbei aber von hier sind wir gekommen wir haben nichts gesehen dass das haus ist schon wieder so komisch hier und wir wissen mal schwein schwein findet oh gott wir werden alle sterben vielleicht hier oben nein das ist ja das haus vielleicht hier irgendwo hier ich muss wieder in stand laufen wegen allem und jedem ja und wir brauchen ja noch die ok schade da hat er schon bleibt so vielleicht hier oben ja ja hier ist noch eine die brauchen wir noch wir sind ja bei neun fehlen noch ok gut in diesem rohr was macht das ist wieder ein auto reingerast vielleicht haben wir hier eine chance ja hier haben wir eine chance gut gehen wir mal rüber zur tankstelle vielleicht hat es hier ein auto vollen fris wenn wir jetzt scheinsteigen und explodiert haben wir jetzt nicht immer selbstständig so noch eine chance wo ist die letzte chance hallo auto lieferwand gewöhnlich oh sorry habe es nicht gesehen ist das eine chance mit einem motorrad wie würde das gehen hmm hier haben wir doch aber auch schon geschaut nein dort ist keine chance was macht das auto da drin ja ich muss mal kurz ein bisschen lauter machen ich höre ich mich nicht weil wir ja letztens leise gemacht haben ja manchmal sind auch die sounds dann irgendwann mal anders wenn man dann eine let's play oder so und die hört mich nicht mehr hier oben muss doch das sein ich sehe jetzt gerade keine chance glaube ich das ist der kreis der böse kreis der dämonenkreis genau können wir wieder zurück dankeschön also irgendwo muss hier noch eine chance sein sieht halt immer so ein bisschen nach chance aus aber das ist keine chance also hier irgendwo hier hier haben wir doch gar keine chance nie gehabt na das ist jetzt wieder dieses dumme gottenburg vielleicht da oben hier sind wir da auch schon geklappt kommt mal mit bitte so ähm da oben vielleicht es muss hier aber sein ich weiß es ich rieche es ich habe mein sinnesorgan fürs chancen finden das könnte auch eine chance sein hier aber dort waren wir überall schon ich weiß einfach vom letzten part wo wir überall waren aber und älter ja jetzt nicht so gerade der gutdenker vielleicht weiß ich es vielleicht kann ich es einfach nicht herholen komm Schwein drüber ähm hier vielleicht vielleicht hier ich will nur diesen diese kugel ich will nur die kugel guck mal die gira verschafft das die geht gar gar nicht kaputt ich brauche sowieso noch ein thumbnail jetzt werde ich da noch ein fad machen ja ich habe einen thumbnail ja ich habe einen thumbnail so bestes thumbnail einfach ganz easy einfach ganz easy 36 was die giraffe hat mir für kunststücke gemacht die giraffe ist so verpackt okay wir machen mit der giraffe hochgeinflößende sachen wir machen mit giraffen sachen dreifache jetzt frage ich mich sieht man das ja man sieht es nicht mehr in den schuhen die giraffen haben zwei kniekehlen sieht es gar nicht das spiel hat das spiel hat die brauchen zwei kniekehlen boah damit sie überhaupt den hals und ähm den kopf und so vor der hufen und so einfach halten können mann was ist denn los mit der giraffe da ist doch irgendwo irgendwo ist doch hier so das hat ich soll immer dort was wenig aimes die schanzen gibt oder gar keine das also dann werden wir Murer ist toll ich weiß es ist toll ich kann nicht kann ich genug nachschauen das ist doch eine chance hallo ich kann nicht mehr zurück so die raffer hätte sonst geholfen wo denn die letzte sanse finde ich einfach nicht das ist doch nirgendwo eines sonst was ist eigentlich hier drinnen überhaupt an arbeiten hier drinnen ist da nix ok dann gehen wir doch mal hier hoch ah hier waren wir das ist die die wir benutzt haben oder ich müsste sie nochmals machen um sicher zu sein heute benutzen wir einfach mal die tiere einfach so hey was ist denn das gemessen bumm ok wie die ja wie die schaut wieso kann man eigentlich kanib werden wissen sie im nächsten teil dann einmal sie machen heute nicht also sie machen nicht mehr so viele updates aber jo ist nicht so schlimm ja jetzt aufzubrennen unglaubliche also das haben wir oder weil ach komm weil ich dachte es sah ein bisschen anders als das weiter vorne oder anders hey ich kann nie etwas machen das ganze spiel ist so ja definitiv waren wir nicht tot auf diesem hügel wir müssen beide hügel nein wir wollen auf diesem hügel ok dann habe ich die gleiche chance scheinbar nochmals gemacht direkt vorher aber hier ist keine chance hier ist die grafik wieder so gepauert nein nein hier haben wir nichts doch das ist eine chance das ist doch eine chance aber haben wir die nicht auch noch gemacht ich glaube wir haben beide gemacht und haben deshalb ja zwei chancen bekommen ja wo ist denn die letzte chancen man ich bekomme schon paranoia und mache andere chancen doppelt boah irgendwie ist die schwerfähigkeit hat wirklich viel zu weit vor hm irgendwie das ist 450 so dann hier drüben noch schauen bei bilbo könnte noch eine chance sein also die chance haben wir sicher die chance haben wir auch ok die ist über die die haben wir sicher auch und sonst wie sieht man das was irgendwo noch eine chance ist gar nicht auf der insel war ja keine mehr vielleicht ist blumenhell noch drinnen wieso steige ich jetzt aus wegen welchen gründen ach eben es muss irgendwo dort sein denke ich mal die frau hat auch keine chance und hier unten war ja eine chance die wir schon haben gell die haben wir schon und das ist die kirche jetzt und wo haben wir eine kirche eine schanze eine schanze hier unten vielleicht irgendwo hier eine schanze man ist das wieder schwierig irgendwas zu finden ich glaube da links könnte sie noch sein ist das eine schanze scheinbar ja nicht nein nicht runter noch mal noch mal oh gott wir werden alles sterben ich schau jetzt zuerst mal hier runter also hier ja nicht ich hoffe es nicht hier unten drunter boah ey man wenn die die autos nur ein bisschen ähm weniger abruckeln und so machen würden wäre ich schon der glücklichste mensch das ist eine aussage wo ist denn hier eine schanze wo ist denn hier eine schanze wo ist denn hier eine schanze wie kommt man dann sagt gut hier hin ich verstehe gar nichts mehr ich habe irgendwo was verpasst ja danke aber kann ich nochmal hier hoch irgendwie also aussteigen so nie äh nie was jaja ich bin schon sehr verwirrt ähm da oben war die andere schanze ja dann nochmals hier runter das ist wir wechseln mal zum halt ja der ist auch schneller hier irgendwo wenn es hier hoch geht geht dann ähm hier drüben hallo hier ich bin ein bisschen belangwärtig im Echtes tut mir leid aber ich finde jetzt echt keine schanze ähm hier auch nicht hier drüben vielleicht ja hier schon hier ist dieses Ding genau hier könnte die schanze sein irgendwo hier ist das ist auch keine schanze das sieht man ah in einem haus könnte eine schanze sein man geht so in ein haus rein und muss durch also die garage ist es ja nicht hier das ist die alte frau oder die zweite der dritte fünfte oder siebte ja soo nein hier drin ist auch keine schanze gut hier genau hier könnte eine schanze sein ok ist ein auto drin ja 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 hier ist nicht alles ja und wie wie und wo so was ist das Ei das war doch dieses Talent Ding ja jetzt immer wieder diese Talent machen so so ähm gehen wir runter und gucken noch was hier also sieht es aus als würde dort irgendwo eine schanze sein also es kann sein dass ich einfach eine chance noch nicht genutzt habe aber die wir schon gesehen haben die waren schon hundertmal aber es ist keine chance die waren schon hundertmal aber es ist keine chance will ein mini-Hart-Tone ja wir haben jetzt auch ein bisschen größer was passiert was passiert also ich weiß nicht was das ist aber ja nein wo gibt es schanzen wenn es keine chancen da sind bin blind beinahe blöd ich weiß wie es geht gut das ist doch eine chance wo denn ich finde es mühsam ok wir gehen auf wir schauen dann quatsimulat deutsch probieren na gut dann nehmen wir das wieder so auf dem damen die hame nordwestlich der bauntalentschau nördlich der quelle welche quelle schockplatz im süden haben wir solaranlagen im südwesten solaranlagen im südwesten haben wir auch zwischen fabrik und friedhof haben wir auch im nordosten der fabrik die haben wir die zwei also hinter der also hinter der nein ähm nordwestlich der bauern da sind schon nordwestlich die haben wir auch im nordwesten haben wir auch im nordwesten haben wir auch im ganz am anfang Hier liegt Scheiße. Da ist jetzt die Talentshow schon wieder. Da hinten dran. Feil. Busch. Buschliebe Busch. Ich möchte jetzt oder? Schon meine Güte. Bring's um. So. Nordwestlich. Das heißt hier. Was dort ist denn Schwanze? Das ist die Talentshow. Nordwestlich ist hier. Wo denn? Die zwei verlaute Bäumen können weiter. Wo? Wo ist hier nordwestlich? Ist doch nordwestlich. Noch weiter nordwestlich? Hier oben vielleicht? Hä? Ich frage mich immer, woher die Tipps, die Dinge haben, die Ideen. Was sie uns jetzt sagen wollen, oder? Das sind einfach faule Leute. die anderen nicht Tipps geben. Mich beschreiben. Keine Map machen. Nix. Das ist die Talentshow. Hier. Nordwestlich ist hier. In die Richtung. Karte nordwestlich. Hier vielleicht? Was ist da? Was ist da? Das ist doch keine Schwanze. So dumm. Das ist doch keine Schanze. Das wird zu steil und zu niedrig. Okay, wir haben sie geschafft. Gut. Wir haben alles. Nein, noch nicht alles. gar nicht. Gortenburg hat noch eine. Die Mornwood warst der Fälle. Aber ich frage mich, wo die sind. Also Gortenburg hat die letzte. Ist es richtig angeordnet jetzt? 5G-Turm, ok, gehen wir mal dorthin, der ist ja ganz hier oben, können wir hier hin? So, mit dem Auto bitte, ja, ja, wie immer, haben wir irgendwo hier noch eine Goldstatt oder so, und, bam, ja, geschafft habe ich das jetzt, danke schön, jetzt ist mir lieber wegen der Steuerung, oh, ich will Lieferwagen ein, entweder wir sind sogar los, wo ist der Hai, sucht den Hai, findet den Hai, Leute, alles, let's play part, Challenge, sucht den Hai, ich hasse rum, wenn ich etwas rumle, dann immer ohne rum, ich rumle und rumle, so, und fumle, ich muss irgendwie nach hinten kommen, wie kommt man jetzt wieder nach hinten, die Stadt war mir gesammelt, genau, mega mühsam, aber, so, dort ist eine Chance, die habe ich aber genutzt, nicht, dass ich die nicht genutzt habe, ich habe sie nicht genutzt, oh, sind wir glücklich, dass wir vorwärts kommen, oh, so, jetzt müssen wir aber noch diese Wasserfälle, das heißt, einer ist hier, kurz, das ist ein großes Gebiet, wow, also hier oben ist wahrscheinlich keine direkt, wir schauen einfach mal hier runter, hm, so direkt sehe ich keine, aber einer ist sicher beim Zoo, vielleicht da unten, da ist ja so ein Markt, so ein, ah, wie so ein Evertrocks, ja, also eine könnte noch im Osten sein, oder wir tun das nochmal kurz nachschlagen, aber, danke schön Hai, du bist echt nett heute, so, jo, wie kommen wir jetzt wieder hier raus, ich bin im falschen Weg gelaufen, so, genau, hier ist so ein Anhänger, hier ist doch irgendwo eine Chance, das ist so cool, hier rechts zum Downhill Park, wow, ich finde, das ist eines der geilsten Gebiete, da habe ich aber gar noch nicht so viel umgeschaut, mich, das ist gar nicht so, oh, ist wieder ein riesen Unfall auf der Autobahn bei uns, jetzt ist mehrmals Feuerwehr und Krankenwagen vorbei, uiuiuiui, die armen Leute haben nie Zeit, um sich sicher zu werden, diese Armen, es ist eigentlich immer so, wenn die Leute sich nicht, wenn sie müde sind oder gestresst sind, dann machen sie Unfall, sonst eigentlich nie, und dann ist immer zwischendurch dann die Hölle los bei uns, bei uns in der Nähe die Feuerwehr und die, äh, das Lager ist für die Feuerwehr, äh, weiter die Krankenwagen, die sind ja meistens nicht, äh, im Krankenhaus, dann haben wir extra Lager in der Nähe, ja, und dann geht immer die Post auf, geht nett, so, hier ist irgendwo eine Chance, also, eine Chance ist ja da vorne, da unten, glaube ich, vielleicht doch noch, ich will da rein, ich will da rein ins Futter, ich will ins Futter, ich will Futter sein, Aua, da hat er in dem Band gepinkelt, du klaust hier aber nichts, ja, 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 klar geht es, so, hier ist doch eine Chance, da, hey, gib Gummi, liebe Bullets, Gummi, die letzte schlagen wir dann noch, noch den, wie wir im nächsten Parton auch noch die Gooch-Karte einsammeln können, es ist keine Chance, ach komm, wir schlagen beide vor, Huftetan, 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 Huftetan. Ja, und welchen ist jetzt hier? Südlich des Vulkans, beim Wildschweinbau, wo ist der Wildschweinbau? nördlich vom Ziegendamm, auf dem Damm Sägemühle. Wo ist die Säge? Das ist die große Säge. Beim Wildschweinbau. Südlich des Vulkans und beim Wildschweinbau. Also Vulkan weiß ich aber erst. So, südlich. Das heißt, da müssen wir hier sein. Mama. Oh, das ist so gut hier. Es ist nur der Nebel. Ist da drüben die Schanze? Also, ich werde mal kurz nicht mit dem Auto jetzt hier einmal kurz hochschauen. Ah, hier ist das Auto jetzt hin. Also, wir sind nicht weit genug gelaufen oder zu weit gefahren. Okay. Ist ja egal. Hätte ich jetzt niemals gefunden, wenn ich hier nicht durchgehebe. Boah, das findet man ja auch nicht. Äh, da habe ich doch gerade geschaut. Man sieht es einfach nicht. Man sieht es einfach nicht. So, und wo ist denn der Wildschweinbau? Weißt du, die haben einfach nur geschrieben, geschrieben. Jo, beim Wildschweinbau. Und niemand hat ihn je gesehen. Ich sehe überall Maulwürfe. Aber beim Wildschwein habe ich noch nie gesehen. Hä? Ist es diese Höhle hier? Oder die andere Höhle? Also, hier ist eine Höhle irgendwo. Ich meine, das ist da oben. Also, hier ist die Höhle. Hier ist aber keine Schanze. Okay. Das ist mal nicht die richtige Höhle. Ja, weil es nur ein Maulwurf drin hat. Wenn es Maulwürfe gibt, dann sind keine Wildschweinbau. Die stinken nicht mehr. Kann ich wieder rennen? Hallo, kann ich wieder rennen? Ich kann einfach nicht rennen. Das Spiel ist zu verpackt. Entferne doch bitte manche Bugs, die nicht lustig sind, wie man zum Beispiel nicht rennen kann. Ist das der Wildschweinbau? Was ist hier drinnen? Das ist der Bärenbau. Wusste ich doch. Habe ich gedacht. Das kleine Loch, das hat irgendwas Goldens. Hä? Ist das irgendwas Goldens drin gewesen? Das ist nur Licht, ja? Okay, hier ist nichts. Uh! Also, hier in der Nähe ist eine Schanze. Dort ist eine Schanze. Das ist sie wahrscheinlich, oder? Aber wo ist denn der Wildschweinbau? Uh! Ich sehe vor lauter Wildschweinen keine Schanzen. Nein, vor lauter Schanzen keine Wildschweine. Egal. Okay, die stehen nicht. Die habe ich schon. Hä? Wenn einfach so ein kleines Simulatorspiel schwierig ist, das ist irgendwie so ein mega Open-World-Spiel, äh, Suchspiel. Wo ich auch immer ständig nachschlagen muss, weil man es nie findet. Hahaha. Aber wo ist denn der Wildschweinbau? Ist doch nicht im Zoo, da gibt es keine Wildschweine. Oh Gott. Wo denn? Gab es doch noch, oder? Ja. Ich frage mich, wo, wo ist ein Wildschwein? Ich kenne keinen Wildschwein, ich kenne nur Schweine. In diesem Spiel. Hä? Ein Klo-Öschchen. Das sieht auch nicht nur eine Schanze aus. Da drüben ist eine Schanze. Wo hat es hier Wildschweine? Ich frage mich, wo hat es hier Autos? Okay, Schweine sind Schweine. Das sind doch keine Wildschweine. Ich frage mich, war noch hier nie. Ich war vielleicht hier, ja. Boah ey. Und kein einziges dummes Auto. Gut, wenigstens haben wir es gefunden. Dankeschön. So, hier ist ein Auto. Man wird halt immer abgezweigt, hier hochzufahren oder so. Tja. Ja, manche auch. Also da, nieder. Und direkt über das Schweine. Nein, im Schweine. Im Schweine. Ich glaube, das reicht. Autohändler. Neue Ausrüstung. Freigeschrieben. Dankeschön für den lauten Sound. So, ich möchte kurz mal schauen. Sammelstücke. Start tun. Also da habe ich jetzt alle. 29,29. Ausstelle. Okay, dann können wir das leichter abhaken mit Hilfe. Quests. Nein, ich wollte Ankleider. Rücken. Motorhändler. Ja, das ist schon alles gut. Ich bin nichts leistet. Man kann nicht mal etwas machen. Hä? Ich wollte jetzt nichts machen. Ich wollte Autos schießen. Es geht zu Rage. Ja. Für nichts habe ich das gemacht. Für nichts. Gut. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. So ein bisschen Code Statuen sammeln. Und die Halbmission dann vielleicht irgendwann noch machen. Im nächsten oder überwägsten Part. Jo. Und vielleicht noch ein paar lustige Sachen erzwingen. Also ich denke, das Let's Play geht weiter. Wenn ihr lustige Dinge habt, bitte in die Kommentare schreiben. Und viel Spaß haben, gell? Mit anderen Sachen. Oder mit meinen Sachen auch wieder. Tschüss. Ich bin ein klein Titel, so eincember countes. Ich bin ein bis aíacher. Nun war etwas drauf, glaube ich nicht. Wir sind ein bis hin.